Ja, lieber Erich, schön, dass du noch nach St. Moritz gekommen bist, ich finde das ganz toll, wir sind hier auf dem St. Moritz zu verändern. Das ist ein guter Start, absolut super und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie mit Ihnen zusammen mit dabei sind. Ja, in diesem Sinne, Erich, lass es dir gut gehen. Dankeschön, und auch viele weitere tolle Projekte. Dankeschön, bye bye, tschüss.